Was? Kuming, hab ich gesagt. Achso. Hast du die Kristallturm-Quest schon so weit gemacht, dass du in den nächsten Teil kannst? Obviously not, weil ich nicht mal wusste, dass es einen zweiten Teil gibt. Äh, ne, ich wusste schon, dass es einen zweiten Teil gibt, aber ich wusste nicht, dass ich dafür eine fucking scheiß Fick-Quest machen muss. Ja, muss man, okay. Gay. Eigentlich mag ich's aber. Jetzt gerade in diesem Moment ist es bad. Und, wo bist du bei der MSQ? Äh, Besucher aus fernen London. Also, Immigrant. Gut. Jo. Bald hab ich S-Mongoloid eingeholt. Oh, ja, das ist eine Kunst. So fast wie der Boy ist. Äh, äh, ich mein, ich kenn ja schon die ganzen Dialoge. Cool. Äh, die ersten paar Sätze hör ich mir an und überlegt mir, ob ich's noch weiß und dann skipp ich's so, wenn ich's schon kenne. Okay. Ich rede mit Rambrose. Alright. Wie ich vernommen habe. Ich vernehme dich auch gleich. Ich hab's jetzt auch auf Deutsch. Yes. Moment. Total easy. Musst du nicht mal was runterladen. Ja, perfekt. Nur umstellen. Lasst uns rekapitulieren, was wir bisher wissen. Alles klar, Bro. Dauert das lang, die Quest? Nö. Gut. Hab ich bis gestern 1 Uhr geschafft. Ah, eh, eh, eh. Ja, es gibt's nicht schneller. Eh, und schlechtes Gewissen? Nö. Was? Also nicht mehr. Ah, ok, gut. Ich hab immer ein schlechtes Gewissen aber... Ich weiß das aber, frage ich dich, ha geben. Aber ich hab, äh, versucht mit meinem Chef auszuhandeln. dass er mir einfach einen Tag Urlaub einträgt und ich morgen wieder komme und er war irgendwie wieder gestresst, weil er wieder alles mismanagt hat und ohne mich halt gar nichts geht und er meinte, ja, schreibt hier gleich krank okay, dann hab ich gesagt, ja, dann machen wir das so dann bin ich zum Arzt gegangen und er hat mich von morgen auch noch krank getrieben was ja auch klar war ja, natürlich das war ja klar fucking idiot ja zwei freie Tage, weil er mit seinen W.O.W. Leuten gesessen hat um mir scheißgelaber zu ertragen du kriegst die Tür nicht zu ich hab halt gehofft, dass wir vielleicht mal über was anders reden aber ich bin nicht durchgedrungen nee, of course ist wohl übel ist wohl übel Feuerwohl Rahatia ist ein fucking retard Rahatia ist ein fucking retard The Catboy? Jaja, der Catboy I don't like him Der ist viel zu cocky Ja, das sind alle Catboys Wer in der Hierarchie über ihm steht Oh du Schwanz, ey Verdammter Hurensohn Darauf stehen die Catgirls Ja ich mein ich bin auch so, aber I fucking hate him So, wer ist das? Ist das der Nero? Fremdländisch wirkender Mann Ausländer also Pfff Ach stimmt, damals wusste man noch gar nicht, dass das Nero ist Weil man nicht wusste wie er ausschaut Oder? Äh Stimmt, man wusste ja nicht wie er aussieht, ne? Wie er aussieht Ich glaub schon, ja Aber jetzt hat er seine Maske runtergenommen Passt schon Weil du hast nach Wacht ist ungestillt Ja Bada bing bada bum 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 Ich muss ihm Franz mal wieder schreiben Ähm Warum? Aus Research Gründen Weil er mir sagen soll Wie viele Wie viele Koreanerinnen er gesehen hat Die so aussehen wie die eine, die ich super toll finde Damit ich so ein ungefähres Eine ungefähre Zahl hab, mit der ich arbeiten kann Also So geschminkt und hergestylt Naja Tausends None Fuck you Ne, da laufen bestimmt ein paar rum Ich brauch nicht viele Nur 10 Zehn Ah ok, 100 Ah ok, 100 I can't imagine Imagine the Trouble Mit so vielen Frauen Pff Da gibt's kein Trouble Hm Da gibt's nur Kuhn Hahaha Oh man ey Südkorea ist Porn verboten, gell? Aha Ja Ist auch kein Wunder, weil es ist ja ne fucking Matriarchy Na gut, im äh Im Iran hat's Pornbridge dann auch verboten Das ist true Rob Aber der Iran ist nicht Wird nicht von Kabal von Frauen regiert Die Frage ist, ist es in Japan verboten? Nö, da ist es nur zensiert In Ja, in fast allen asiatischen Ländern ist sowas verboten Ja Aber in Japan sind Tattoos Nicht gern gesehen Was ich natürlich ja sehr befürworte Und du kannst nicht mal die fucking Onsense betreten Wenn du ein Tattoo hast, I like it Get fucking ostracized Du kannst Mein Auge Irgendetwas ist komisch Okay, Kra hat hier gewinnt Sympathiepunkt Der hat auch Augenprobleme Irgendetwas ist komisch Was ist besser Going bald Or going blind Blind You can still fuck But when you're bald All Ogre Die roten Augen waren ein Merkmal der Alaga Ja Interesting Funny, dass mein Shaw auch rote Augen hatte Tja Alaga Confirmed Master Race Let's fucking go Leider sind sie ausgestorben Ich würd ja gern wissen warum Weil wir ausgestorben sind Ja Weißt du's? Äh Nie Stupid Auftrag angenommen Gut Mit Pix-Bubblen Alright Ah stimmt Und den Chocobo Soundtrack hatte ich Im Kopf Das war geil Ich glaub das war die beste Phase in der Arbeit heute Also für Coil of Bahamut muss man entscheiden nur die Hard-Modes von den ersten Primals machen Ah Gerudert Titan und Ifrit Ja Easy enough Bluh Bluh Bo dlp Bluh 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 Hast du eine Ahnung, wie der Fight funktioniert vom Good King? Mogri? Ich habe mir da heute einen Guide angeschaut. Ist das kompliziert? Nein, ist eigentlich nicht kompliziert. Du musst eigentlich die Magier zuerst killen und dann ist alles easy peasy. Okay, gut. Und der Boss kriegt die Fähigkeiten von denen, die du getötet hast, aber nicht in derselben Stärke. Und es gibt einen Gladiator und einen Marauder und die müssen wir tanken. Die anderen müssen wir nicht tanken, weil die nichts machen. Nicht wirklich was machen. Sehr gut. Diese komischen Gelehrten finde ich äußerst suspicious. So, woher kommen die auf einmal? Warum wollen die sich die Tür angucken? Die zwei rotaugigen, ja. Ja, genau. Was? Das wirst du gleich feststellen. Die einen sehr hohen Rang in der allergischen Gesellschaft bekleidet haben müssen. Alright, also das sind Freimaurer. Freimaurer. So. Goldgelber Presskuchen. Presskuchen. Das ist ein Stück Kuchen, Alter. Kann ich jetzt auch essen. Die Pizza war nicht genug. Er hat fünf Weißwurst rein gedonnert. Boah. Alles gut. Disgusting. Das zum Abend. Da isst man ein gescheites Müsli. Das habe ich heute Mittag gegessen. Oh Mann ey. Ausgewogene Ernährung. Schoko und Frit. Hey, seid ihr taub? Ich sagte doch, dass sich die Tür nicht von Hand öffnen lässt. Aus mir rechte ich in die Frasser. Hau mir die Scherz-Tür rein. Ich hab sogar noch den Tap-Off mit dem Video. Hehehe. They opened the door. Reiiiiin. Let's go. War das an mich? Nene, keine Tür öffnet sich einfach nur die fromme Wünsche. Magic, Sid. Sid, die Eternal Atheist. Was hat denn diesen abgenutzten Notenrollen auf sich? I don't know. Was ist das? Who dat? Who dat? Fucking Nero. Da erschien mir eine Karriere als Vagabund von Lockender. I like him. Blader. Da steht, kann auf dem Orchestrion angehört werden. Probieren wir es mal aus. Wo ist mein fucking okay? Da ist es. Das sind Nachkommen des ersten Kaisers. Naja. First Emperor. Wurde doch, auch wenn nicht im herkömmlichen Sinne. Gezüchtet oder was? Ja. Naja, tatsächlich. Wurde nicht auf natürliche Weise geboren. Ja, so sehen sie auch aus. Sie sind Klone. Yeah, boy. I love this game. Das konnten sie damals schon. Geil. Die Klone. Es ist an der Zeit, dass ihr die ganze Wahrheit erfahrt. Ja, gib mir die Cloning Technology, bitch. Ah. Alchemisten können, das mit herstellen, ja. Ah. Die Notenrolle. Alchi, Alchi, okay. Ich brauche noch einen Gehilfen. Wo kriege ich den denn her? Weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass du den selber gestalten kannst. Auch Persönlichkeiten und so. Meines voll zuvorkommt. Dann mach ich mir ein richtiges Arschloch-Geriffen-Luder. Ja, mach das. Die wird kein einziges Mal zu dir sagen, mit Verlaubnis. Verlaubnis. So, Klone, tell me. Crazy little... If you're running around. Sid ist so groß wie meine Katze. Fuckin' short. Ah, das ist ja white. Sid ist small. Small and white. White. Das ist vielleicht 1,70 der Dude. Loser. Der Child, isn't it? Ja, small Child. Oxymoron. Wie groß muss ein Child sein? Mindestens 1,80. Na gut. Es gibt's denn, glaub ich, 6 feet, oder? Ja. Ich weiß es nicht. Na gut, passt. Ja, schon haben sie gelogen. I knew it. Ja, aber diese verdammten Straßenmusiker. Das sind künstliche Lebewesen. I love to read that. Ich weiß es nicht. Welchem Zweck dient ihr? True Dude. Wir werden dafür weit in die Geschichte zurückgehen müssen. Do it. Ja, kein Wunder, dass das bis 1 Uhr gedauert hat. Meine fucking Güte. Ha. Du 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 du. Bester Soundtrack. Verwöhnt von diesem wurde das Volk träge. Allen voran das Kaiserhaus selbst. Träge. Comfort. Das ist ja Pattern. Die Produktivität sank und das Reich begann zu verfallen. Oh no. Selbst die allergische Technik konnte diese Entwicklung nicht stoppen. Fuck. So we're screwed. Because people suck. Got it. Im Angesicht des Niedergangsdraht ein wissenschaftlicher Alarm ist. Ah man. Oh no. Warum dieser Alarm? Und super alpha. Mit einem kühnen Vorhaben auf dem Plan. Ja. The chosen one. Für die Restauration des Reichs. Sein unerschütterlicher Anführer notwendig. Ha 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 ha. Oh. This can't be real. Mit Hilfe von Magie wollte er deshalb den Reichsgründer wieder erstehen lassen. Oh no. Oh yes dude. Final Fantasy. Give it to me. Den Reichsgründer. Doch. Genau den. Doch genau den. Das sagt sie sogar. Perfekt. In einem ersten Versuch wurden Klole von Uwe. Ha ha ha. Ha ha ha. Ah herrlich. Zauberei. Hä? Was ist das für eine neue Toyfly dude? Rambrows. What is it? Geil. Adelhard. Xante kommt in den allergischen Geschichtsbüchern tatsächlich zweimal vor. Bislang gingen wir davon aus, dass ich um eine Nachfolge handeln wollte. Mhm. Gavtkabib. He came back dude. Wo ist denn der Typ? Xante setzte sich über die Naturgesetze hinweg und stand von den Toten auf, wenn man das so will. Yes. Fuck nature dude. Fuck him right in the pussy. Er machte direkt Nägel mit Köpfen. Oh. Oh. Kuming. Unter seiner Führung erstarkte das allergische Reich erneut und das letzte große Ziel schien wieder in greifbarer Nähe. Die Herrschaft über die ganze Welt. Oh. Geil. Für die sogenannten Einigungskriege wurden Unmengen von Energie benötigt. Ha 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 ha. Man versiegelte die Kristalltour und verwendete einen Großteil seiner Energie darauf, die zerstörerische Kraft der Dunkelheit darauf zu beschwören. Yes dude. Fuck this. Geil. Wo ist denn der Spacko? Alter. Based Alaga. Bring him back. Wieso wurden wir gerade jetzt reaktiviert? Good question. Weil Xante seinen Plan immer noch nicht aufgegeben hat. Based. B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B Mond Dallamut zu den Sternen. Dallamut sollte das Sonnlicht bündeln und zum Kristallturm weiterleiten. BASED Doch ein winziger Fehler in der Berechnung der allergischen Wissenschaftler ließ das Karten aus der Macht zusammenbrechen. You hate to see it. Ich hasse das auch, wenn meine Kartenhäuser zusammenbrechen. Der Kristallturm vermachte die gigantische Energiemenge nicht komplett aufzunehmen. Ach, schwach. Das ist als vierte Katastrophe. Ah, okay, okay. Amon jedoch, der Xander die ganze Zeit über Treuze der Seite gestanden hatte, gelang es die Zeit im Kristallturm einzufrieren. BASED Mitsammt... Ja, shit. Dein Gestalt. Geil. Geil. Angestellten. Zeit brach an. Die Gestaltung interpretiert den Abstands Dallamuts. Nice. Ach, da sitzt er ja. Based. Macht Hunger. Fuckin' crazy. Ja. Fuckin' crazy. Nur noch geil. Wir möchten ihn daran hindern, dies ist die Bestimmung, die uns von Unai und Durga mit auf den Weg gegeben wurde. Fuckin' traitors. Gibt's auch seltene Gehilfen? Äh. Äh. Pfff. Weiß ihn nicht. Klingt, als wären wir wieder einmal auf dich angewiesen. Äh. It is what it is. Kann ich nicht einfach Xander's Technologie mit mir verschmelzen? So, Hydaelyn, fuck off. Und dann... Neue Power. Vielleicht den Endwalker. Fuck. Fuck. Nothing's impossible. True dude. Xander. Urrrr. Pfff. Halt die Fresse, Rambrows. Vora Aufgabe würde es sein, die Verteidigungsmechanismen zu deaktivieren und Xander auszuschalten. Why you do this? Ah, das ist ja geil, das ist veraltet und teilweise falsch. Wow. Das lese ich jetzt, nachdem ich schon alles durch habe. Das finde ich einfach zu gut, dass wir noch dazu schreiben, oh, teilweise falsch. Haha. Ja, komplett falsch. Die NPCs sind ja nicht mehr da, wo sie waren. Ob ich wohl ebenfalls ein Klon bin? Ja. Graha bist du. Kill yourself. Der Gehilfendienst kann über die Mogri-Station beantragt werden. Das habe ich glaube ich nicht gemacht. Ich bin in Limsa einfach links, neben den Marktbrettern ist irgendwas mit Creme oder so. Und da kannst du dir einen machen. Außer das war von dem veralteten Guide, der jetzt teilweise falsch ist, wo das noch funktioniert hat. Das kann natürlich auch sein. Im alten Guide steht, dass du in den Gasthäusern in den Hauptstädten so einen Dude hast jeweils, der dir gehilfen andreht. Ja, vielleicht war es auch da, aber ich... I don't know. Das ist das Marktbrett in Cretania. Cretani... Haben die überhaupt eins? Ich... Da ist es... Da ist es... K-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k Oh, Mann ey, ich muss morgen schon wieder arbeiten. Kill me. Müssen mal zwei Tage hintereinander arbeiten. Ja. Dann schwirrt es viel. Horrible So, ich kann jetzt joinen. Ich bin kein Arbeitstier. Jetzt mag ich dich mehr. Gut und grüß ins Bett. Ah, noch instant. Ja man ey, nicht mal irgendwie Zeit sich am Sack zu kratzen, alter. Ah, hier hab ich ihn gefunden. Wie gut, dass der Raid jetzt aufgeht. Hier. Heu, ich bin richtig in die Futter. Was hast du deinem Bauch eigentlich gesagt? Du kannst dir immer schlecht gesagt haben, ich hab zu viel gesoffen und hab von schlafen. Ich hab einfach gesagt, ich hab schlafen und mir gehts nicht so gut. Okay. Macht bisschen Sense. Ja, schon. Oh ja, Operngesang, let's go. Sieht irgendwie aus wie The Twinning, oder? Der Eingang. Stimmt. Ich weiß nicht was The Twinning ist, aber ja. Ich mag das Rot von der eigenen Katze. Sieht cool aus. Und schon sehr aufträglich. Ja, genau. Das ist der Point. Catboy brauchen immer Aufmerksamkeit. The Point. Ah, schön. Ich weiß, dass ich dir eigentlich immer gebrüllt hab, ohne Grund. Ja. So oder so ähnlich. Gelber Drache. Mit eiskaltem Blick. Mit eiskaltem Blick. Mann ey, warum dreht sich der fucking Tank immer, jedes verfickte Mal zu mir? Zu dir. Cause he likes you. Fuck you. Hate you. Don't be mad at me. I can be mad at whoever I want to be. Where the loot at? No loot at. There's no loot. Schlimmer als arbeiten wirst nicht immer bezahlt. Ich glaube, du hast dir bezahlt. Mit? Allergisch und Andenken. Na pff. Du kannst ja streamen, dann wirst du auch bezahlt. Ja. Läuft schon. Hm. Echt? Ja. Krass. Hat mir nichts gesagt. Nö. Nie. Never. Wie lange geht das schon so? Seit, weiß ich nicht. Zehn Minuten. Guckt eh keiner. Das ist scheißegal. Außerdem ist es auf der letzten fucking right-wing Plattform, die eh keiner guckt. Also... Irgendwann schauen sich die Leute die VODs an und haben mich gefickt. Ja. Fuck! To tell you. Of course. First me, and then... Not even you. Well, Kenna, weiß all the best. Oh, that was harsh. But true. Alright. The truth then. Nobody fucking cares. Ohja, accidentally richtig stehen. We love to see you. Und dann... Oh. Also... The사랑. I need to make the Der Stab der Alten ist fucking killing me. Wie lange habe ich den Debuff noch? So lange bis ich Damage kriege. Alles klar. Hey, I'm free again. Oh. Bear it back again. Das war richtig in die Fresse. Over here. Welche Klasse kriegt ständig Damage? Weiß nicht, was das ist. Der Unterste bei uns. Daran setzt du irgendwas. Weiß nicht, was für ne Klasse das ist. Daran setzt du zu, du. Ich glaube Red Mage. Ah, ja stimmt. Was hab ich für ein Symbol am Kopf? Lauf einfach weg von denen. Ich bin vorhin dahin gelaufen und da wurde ich eingefroren. No bueno. Well deluded. Es gibt Feuer und es gibt Frost. Feuer macht den Fan nur ordentlich Damage. Wenn man getroffen wird. Here's deluded. Anprobieren. Hot. Hot. Cat Jam. Das ist schon epic. Jo. So, das sind nur Trash-Mobs. Ich bin AFK, wenn wir Trash gehen. Ich bin Wow-Player. Oh lol, bin ich zu fein für... Das hat der Andi auch heute gesagt. Genau das. Das ist unbefucking liefbar. Ich hab da noch laut gelacht. Ja, guck das. Was? Tuner drauf. Gelber drauf. Racist drauf. Blauer drauf. Regenbogen drauf. Blaue Dache mit ins verplanten Blick. Also einfach die Cartoon-Version aus der Toon World. Okay. Passt. Toon World war Poggers. Toon World war schon wieder Kacke am Charakter. Jetzt nicht mehr. Ich hab immer Kacke am Charakter. Geblinded by the light. Was spielst du als Trollgen? Ähm... Wenn ich... Wenn ich hier... Parade-Stock gemacht habe. Ich glaub nachdem ich Coil... Also Coil of Barmuth war... Und nach Extreme Titan. Let's go! Rein! Oh, okay. Haben die sich auch über den Rape-Skandal unterhalten? Oder einfach nur über... M+. Gestern? Ja. Nur im Plus. Of course. Und was gelevelt werden müssen, was so geil ist und ähm... Ja. Was üblich halt. Krass. Boah alter, damit hab ich voll reinballern. Und so weiter. Ne ne, please, please, continue. I love to be old. Äh... 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 Also Basti will sich ein Elishami... Äh... 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 Ich will voll abgehen. Die heilen... So viel wie ein Highlight machen. So viel Damage mit Coil DDD. Und... Das ist voll easy. Und so. Und äh... 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 Und Andi mein... Ach, keine Ahnung. Andi hat sehr viel gesagt und ich äh... Ich fand da nämlich besonders viel Sinnvolles drin und... Fuck, jetzt bin ich da voll reingesprungen, ich honk. Also ich versuche mich nicht daran zu erinnern, ja. Ja. Weiß auch nicht mehr wirklich. Schatztruhe A. In welcher Gruppe bin ich überhaupt? B. Wie behindert. Wie immer halt. Ich war jetzt auch meistens in B. Und einmal in C. Bah. Kack. Die Kackgruppe, da möchte keiner rein. Ist äh... WAR als ein B. 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 BAYDERMÄL. Hast PewDiePie gesagt, oder was? Nee, Mann, das ist... Das ist dieser schwarze Typ, der war mit Destiny irgendwo argumentiert der. Jesse Lee Peterson. Jesse... Jesse... C... C... Der war das. B. B. BAYDERMÄL. B. BAYDERMÄL. Äh... Bestes Asha. Ja, nicht der hellste, aber lustig. Ja. Warum krieg ich so viel Damage? Weil du Heiler bist. How dare you? Beta! Beta Male! PewDiePie! Was macht der überhaupt? Nix. In Japan, schön. Der wohnt auch in England. Nö, der wohnt auch in Japan. Der hat ein Haus in Japan und in England. Natürlich hat er das... Boah ey. Drecksschwede. Ja? England. Wofür? Fürs Videogaming. Ja, fürs Gaming. Also seine Frau hat ja irgendwie so ein Modelabel mit ihm gemacht. Ja. Das... Tsuki. Damit sie auch was zu tun hat. Aha. Ja. Ja gut, sie ist Italienerin. Also ich glaube schon, dass sie irgendwie Ahnung von Fashion hat. Ja, doch. Wenn dann Italiener. Jo. Den Franzosen trage ich nicht. Sonst können sie ja nix. True. Außer Kriege verlieren. Ja. Für andere Länder. Für ein spezielles Land. Ja. Ja. Immerhin können sie die Anglers kacken im Fußball. Das ist all that matters. Oh ja. Hm. Das war schon funny. Ja. 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 Ich muss laufen. Ich muss immer noch laufen. Wie soll ich ihn da, wie soll ich denn kommen bei dieser Spaßsichtりung. Ich lass nicht Kommen, du sollst blüüüüüü... Du kannst ja auch ein paar Sichten gehen, ne? Ja Einmal vollmachen bitte. Danke. Ich werd dir ständig hin und her gebockst und weiß nicht warum No one you Ah, dann tanks hört man vielleicht auch mal einer NAAA NAAAA Dude Passt das nächste Anstellung Dude Moment Ah ja, hinter die Steine. Climax? Hinter die Steine? Okay. Ja. Deswegen sind wir gestern bei dem Hunde-Boss auch verreckt, weil der eine fette Explosion macht und deswegen muss er sich hinter die Steine stellen. Climax. Oder ist das die Enrage? Da schaut, der fucking Redmage! Ja, weißt du warum? Ich hab's genau gesehen. Der ist reingesprungen und wollte mit dem Dash wieder zurück hinter den Steinen. Ah, so einer ist es. Ach ja, zwei Art. Fucking Retard, aber es sah sehr elegant aus. Limit Break, go! Ich will den Loot, ey. Gib mir den Ammon Loot. Wie fickle, eigentlich hätte ich den noch retzten können, stattdessen habe ich über ihn geschimpft. Na gut. Alles richtig gemacht. Oh, das kann man gieren, her damit. Äh, das kann man bedarfen, nie. Kann man gieren? Das kann man gieren. Kree Samurai. Das kann man gieren. Komm. Gib mir die Night in. Machen wir den Katalysator. Verkaufen. Okay, dann nimm dich jetzt. Jetzt kommt der Empower. Auf seinen Golden Throne. Was? Zehn Sekunden bis Kampfbeginn. Ihr Schweine. Ich skip nicht. Never skip. Zwei, eins. Oida, was für'n Scherndöte. Ach, der macht das mit den Meteoriten. Spalte, wenn sich die ganze Welt in ihrem unnachgiebigen Griff von mir befinden. Sehr gut. Der Kaiserliche Thron hat sich geschlossen. Du de. Ich war bitte der Einzige, der die Katze hingeguckt hatte. Ja. So, ich wurde reingeportet. Wie, der ist noch nicht tot, ey. Vergesst. Alles muss man sagen. Raus hier. Was? Ich würde ja nur ne Kacke stehen. Dafür bist du da. Immer der Tank dreht dann immer zu mir. Du Depp. Lauf. Ist man hier irgendwo rein? Whatever. Dammit. Shoot it. Nein, nicht porten. Wow. Witness your doom. Ah, jetzt kommen die Meteoriten, ja. So schauen, welcher am weitesten unten ist und den dann killen. Alright. Ich clap rück ein. Doesn't matter. Ja. Doesn't matter. Da hinten steht er alleine. Easy clap. Aber das ist geschafft. Ja, natürlich. Und gut. Nicht schlecht. He's back in black. Ich muss erst mal mein Dott in sein. Geh raus mit dem Scheiß, du Panic. Wow. Fuck. What's happening? Where am I? What are you? Ah, ich bin tot. Ah. Schon bin ich tot. Schon bin ich tot. I don't know. Nein. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Schau dir nichts an. Wderste. Auch jetzt. Always dies Easy clap Power of the Kenki Ich hab Kenki noch gar nicht hier, dann geht's ab wenn ich das kriege Unlimited Kenki So So Jetzt will ich mal wissen was der macht Was will der mich machen? Ja das wahrscheinlich Die komischen Kugeln die vorhin keiner richtig abgelegt hat So wie jetzt auch, die legen die alle mitten unter mich Ach was genau Genau drin ist Ein absoluter Fallout Ja tot, super Ja ich auch Aber ich versteh nicht, was muss man denn da machen? Ich war nicht in der Kugel gestanden Oder müssen wir in die Kugel gehen oder was? I don't know Vorhin habe ich es überlebt und ich stand glaube ich nicht drin Und jetzt stand ich vielleicht drin und bin verrückt Aber es sind nur drei Leute hier Ja Gruppe B wurde blastet Ich bin wieder tot Ah ich wurde gerest Ah Wir haben es geschafft Ja thank fuck Das war nicht schön Also ich hab keine Ahnung was das für ein Mechanic ist Ich hab den Aufzieht Zwiebelritter bekommen Super Ich wärst du dich über Loot? Ja Geil Aufzieht Zwiebelritter Neat Oh Notenrolle Shattered Neat So erstmal resen und dann auf alles nieten und gewinnen Resen? Hüterbrustplatte des Schlagens Bedarf 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 Ich limit-break dich jetzt. Scheiße, jetzt sind es alle gelieft, dass es kein Raid mehr war und das geht nicht mehr. Ah lol, tja. Kackt again! So, vote for me. Blinded by the light. Der einzige, der hier noch drin ist, ist fucking Gransätze. Ah, der ist offline. Du wirst die Auszeichnung wertvollster Spieler halten. Das zweite Mal heute, yeah. Kratz. I'm special. Oh? Katzin, jetzt kann man es nicht wohl anschauen. Who dead? Who dead? Ach, jetzt kommt ja noch ein Boss. Der ist sogar ziemlich cool. Ich weiß nicht, wie er schon wieder Geiz geliecht hat hier ohne Ende. Fucking Mentor Andy. Ja, also Halbwissen. Die erste Phase ist das und dann habe ich keine Ahnung mehr. Tod. Mentor Andy. Yari, yari. Ich mache meinen Ruhigardin und mache einen Jojo Cosplay. Jojo. Oh Gott. Oh no. Mache ich einen Baden draus und dann spiele ich die ganze Zeit Golden Wind. I approve. Können die scheiß Instrumente echt nur Baden spielen? Äh. Ich habe bis jetzt nur Baden damit gesehen. Mit elektrischen Gitarren, mit Geigen, Hafen, ja. Flöten. Flöten gibt es ja auch noch. Flöten, Heini. Gibt es einen fucking Saxophon, dude? Ja, das gibt es eine Frage. Ja, sicher. Es gibt alles in dem Game. Geil. Schlagzeug? Klavier? Schlagzeug, ja. Was ist das für ein Lärm, wer den ganzen Tag in Limsa? Ne, Limsa ist cool, da gibt es noch Saxophon. Was habt ihr vor? Hat das etwas mit dem schwarzen Nebel zu tun? Ja. Nicht gesandte Durste nach Äther. Nichts gesandte Essens. Du musst dich als Alchemist leveln, ne? Nicht schlecht. Du musst alles leveln. Du? Was? Zoologi? Barde? Ähm. Samurai? Weiß ich noch nicht. Aber irgendein Melee. Melee. Spielmonk. Opo-Opo-Form. Ne. Vielleicht nen Ninja. Ja. Kannst du als Pirat rumlaufen? Naa, nicht schon wieder. Wenn ich aus dem Schurkencharakter einen Piraten machen muss. Doomed. Oder ein Edgy Shinobi in Naruto Outfit. Edgy Shinobi, ey. So nennt ich mich dann. Edgy Shinobi. Oh, was? Der macht grad Shiva? Ne. Doch. Ach, aber die Scuff-Version. Ja. Aber die Musik ist cool. Ja, das hab ich auch noch gemacht damals. Oh, shit. Dunkelheit-Vagina öffnet sich. Ey, yo. Die eine ist hot, die sich da grad rein geportet hat. Roadbang. Ein hergeklonter Krieger. Der sieht aus wie, ähm. Wer ist der? Sot? Aus Berserk. Aus Berserk. Aus Berserk. True. Hier können wir nicht entrinnen. Okay. Alter. Voll'n Pfeil in die Fresse. Wenn ich zu nichts werde, dann soll die ganze Welt es mir gleich tun. Scorched Earth. Let's go, dude. Du hast bestimmt ITJ. I love this dude. Ja, natürlich. Of course. Alter. That's it, holy shit. Fucking Shadow. Slash. Ah, ich bin eng gesaugt. Is it Giant or China? Ja. Die Luft versiedelt. Die Luft versiedelt. Slash. Schmeißt sein Schwert einfach durch den Bauch von da hin. Da, ich bin ja. Fuck. So. Je. Ich bin ja die Luft versiedelt. Wenn er nicht nur so ist, ist das. Okay. Fucking nail. Pixie punk. Well, well, well. How the turntables have tabled. Okay. Wie heißt der Dude? White Pee-Poo-Pock. Nein. Doch. White Pee-Poo-Pock. Ich habe hier einen Dude, der heißt Ryu Uchiha. Cringe. Cringe Meister 3000. Cringe Meister 3000. Cringe-en. 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 Was war das gleiche? Cringe-en. I will draw under my blood. Aye, aye, aye. Look with YouTube here. Er ist Burrito Burato. Okay. Der ist cool. So, Ramp Bros Bericht erstatten. Yes. Where's the Redditor? There we go. Jep, können nur bots. Alright. Well, time to re-roll! Mal schauen, wie weit man leveln muss. Ich re-roll in jedem Dungeon. Ja, machen wir beide, oder? Oh god, oh. Unterm Heilen, einfach so zwischendrin. In Warframe gab es auch, da gab es einen Frame, der Musik spielen konnte. Oh man ey, das war das Beste. Octavia, never forget. Was konnte die so spielen? Ja, alles. Digital. Du konntest alles machen. Ja, du konntest halt aus verschiedenen Beats Songs machen. Und auf YouTube gab es dann Tutorials zu allen möglichen Scheißen. Und ich bin immer mit dem Doom, mit dem Oldschool Doom Soundtrack durch die ganzen Dinger gelauschen. Das war ziemlich nice. Und je nachdem, was für ein Beat du hast, haben deine Abilities auch anders Damage gemacht. Weil du hattest immer so einen Ball, der quasi der Lautsprecher war. Und der ist immer in so einem Radius um dich herum gerollt. Und je nachdem, was der Beat halt gerade gemacht hat, hat das Ding Damage gemacht oder irgendwas anderes gebufft etc. War cool. Ja, das war nice. Sehr gut. Sehr gut. Rambroze. Wie heißt der? Nahtziel? Blutziel? Okay. What? Der Typ neben Rambroze. Natürlich ein Ladafeld. Of course. Der hätte gut daran getan. Ja. Endwalker Endboss wird ein Ladafeld. Ja. Endwalker Endboss wird ein Ladafeld. Ja. Ich habe heute auf YouTube das Asmongold Video gesehen, wo er zu Bobby Kotick's Statement reagiert hat. Und da hat er eiskalt gesagt, dass Bobby Kotick auf Epsteins Liste stand. Das habe ich auch gesehen. In seinem schwarzen Büchlein. Oh man ey. Savage. Savage wieder krass. Fuckin' Rambroze. Ja redest du jetzt halt oft über... So... Rightwing stuff. Hm. Bis zum nächsten Zeit. Tiligi, Adeligi. Hm. Most? Suspicious. Wieder ein Billionier auf unserer Seite. Adeligi. Ja aber der ist zu lazy um irgendwas zu machen. Ja stimmt. Und zu geizig. Vielleicht spinne dir das auch ein paar Twitch Primes. Wow. Wow. Genau. Freut sich der Jeffrey. Dann kann er noch mal ins All fliegen. Das soll so oft fliegen wie er nur kann. Irgendwann geht's schief. Die Kaiserfamilie verfügt über eine Methode ihr Blut an andere weiterzugeben. Ja das weiß unsere Elite auch. Das ist eigentlich der super secret um jung zu bleiben. Ich frag mich ob das zu unseren Lebzeiten noch rauskommt. Was die da oben treiben. Doch. Ja. Never seen ever. No. Why the fuck not. Because nothing good ever happens. Ich mach mal die Truth richtig in die Fresse. Alright, the Truth then. Nein, die Dünkeleid. Graat hier. God, I love my cat. Und, dein Phatasma schon gesoffen? Nein. Ich finde, mein Charakter ist eigentlich nicer wie er ist. Er ist zwar so ein bisschen unschuldig sad, aber... jetzt macht er nichts. Ja, das sind alle Dragon Girls. Ich wäre auch depressed, wenn ich Scales hätte. Das sind bestimmt sehr pflegeleicht. Ich habe mir gleich zu dem Feld. I don't believe it. Und? Vor den acht Wächtern. Was willst du von mir, Bro? Ich kann nicht lesen. Der Mann kann nicht lesen. Was? Waa 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 da da daaa. Habe ich eigentlich diese scheiß Puppe gewonnen? Natürlich nicht. Oh, vielleicht habe ich sie gewonnen. Kann man nachschauen, um es dir unter die Nase zu reiben. Dafür habe ich die Xander-Karte bekommen für Triple Tryhard. Fuck. Kriegt man die in Bossfights? Of course. Scheiße. Was in den dreckigen Goldsauce haben wir da rein? Dreckig? Bitte was? Heiß gegen Einzel. Heiß gegen Einzel. Immer jung. Alles klar. Ja, gut. Fifty-fifty, ob wir uns beiden gewinnen. Der Kupo fickt uns beide. Das ist immer so. Dreckiges Kupo. 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 Bist du bereit, das Nichtsportal zu betr... Kein Neuer Kett. Ja, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, beträte ich das Nichtsportal. Fucking Weiji. Raaaah Tia! Raaaah Tia! The Heretics Fuck you, fuck you Ich weiß nicht warum, aber ich hab das Gefühl, Nicolas Cage würde super in das Game reinpassen Als Catboy, ja Ich kann ihn mir nicht wirklich vorstellen Tja Als Boss vielleicht Because you like the imagination Unscheinend So, darkness imprisoning me All that I need All the fucking Lohut Nope Go Ne Äh, ja, dann kann man mal anmelden, ne? Ne, ich bin noch in der Cutscene Äh Okay Ich lese das, ja, ich saug es alles auf Du fucking Dallamut Wow Quirl Lover Pfff Der laus mich doch der Oppo Oppo How dare you Weiß nicht mal was ein Oppo Oppo ist Ne Aber es klingt nach einem Affen Irgendwie schon, aber wahrscheinlich ist es nur ein fetter Dodo Halb Dodo, halb Affe Oh mein Gott Oh mein Gott What the fuck Echt, einen fetten Dodo Affe kann er sich vorstellen, aber Nicolas Cage in Final Fantasy, das geht nicht Ne, das geht nicht Aber ein Dodo Affe Ein fetter Dodo Affe Alle Mann, raus hier Raus Alle Mann Haus I am the Samurai Okay Übrigens, für Endwalker kriegst du einen dickeren, äh Dickeren Shoah Mit, mit mehr Range What? Ja Woher weißt du was? Ja, hab ich ein Video gesehen Ja, im äh Ja, so ein Content Video von so einem Final Fantasy Dude Wenn du ein kurzes Video über die neuen Sachen gemacht hast Ich glaub ich hätte das Another Showa, krieg ich Another Showa Das Another Showa, ja Fuck ey, du musst doch kein Reaper spielen Die haben anscheinend die Samurai-Spieler gefragt, was sie gern hätten Und die meinten, eigentlich passt alles, nur sie hätten noch einen Showa noch größer Jawoll, geil Base, Day 4 der Samurai, Dude Das ist auch geil, dass sie die Spiele überhaupt fragen Day 4 der Samurai Oh man ey Ja, ich bin Bade, was hätten sie gern in einem Schlachtzeug The Base Machine Dick down, die Base Cannon Ich würde gerne Dubstep produzieren Oh mein Gott ey Bade mit zum DJ Das wär geil Da ist der Murei-Spieler, ihr habt die Chance, was wollt ihr? Anderer Showa Anderer Showa Gell Ne, gerade hier, ich hab keine Zeit für dich, du Lappen Andi Trademark by the way, Lappen Du Lappen Du Lappen Ja du Lappen Ja du Lappen Und Dreck du Du Lappen Ehh 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 Oh my goodness So, jetzt müsst ihr mit Grahatiya labern Krass ey, du skippst hier ja durch, dude Einmal eine Feier, nigga Wasch dich Ich kann halt schnell lesen Pff, racist Sag doch, wenn dein ganzer Tag zu Hause war Ja, ich sitze den ganzen Tag zu Hause rum Graul mir die Eier Und mach Curls Bitte lass mich mit dir gehen Ja, in Heavensward hätte ich sagen können Du bist zu schmächtig Und hier nick ich einfach Sag Welt der Dunkelheit Ja, geil, Alter Home, sweet home Let's go, dude Meldan Alright Purito Burado Hoffentlich kommt der mit Donaldo Trump, Alter We will meet again Final Fantasy Bits Foreshadowing Ja Boah ey, das ist die hässlichste Aura, die ich jemals gesehen hab What? Ist die schwarz? Nee, die ist white Fucking disgusting Ich hab ne Screenshot gemacht, weil es einfach so ugly ist Zeig mal Ja Gonna post Gonna fat post Ich muss nur kurz den fucking Ordner suchen Also die Juran-Frauen, die sehen schon extrem clean aus, wenn man es drauf hat Sie hat da immer wieder gute Malachide 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 Scheid Malachide 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 Fuck, Alter, wo ist das denn hier? Malachide Malachide Deine Dateien sind zu mächtig Are you kidding me? Ich kann das jetzt nicht uploaden Was? Was? Ein Bild Ja, es ist größer als 8 Megabyte. Was ist das für eine Auflösung? Ja, huge. The fuck. 3480 times. Spielst du auf 4K oder was? Ja. 40K. I do, I do. So, let's wipe. I have no fucking idea. Erstmal guck ich mir die Cards hier an. Ah, ich auch. Bis der Pulltimer kommt dann. Da würde ich auch gerne wohnen. Ja, ich nicht. Pass auf diese komischen Quarles da unten. Ja, braucht definitiv mehr Opo-Opos. Winry Roku-Berun. Avery Chivalry. Ist das überhaupt Peloton? Ich muss immer noch mein User-Interface mal ändern. Diese scheiß Allianz A und B. Fick mein Leben. Sie ist halt einfach runter. Hab ich auch gerne gemacht. Geht das? Im Fight? Ja, ja, äh. Ich hab's nicht im Fight gemacht. Aber ich hab's mal ausgewischt. Ja. Geht nicht? Nee, ich kann nichts verziehen. Du probierst dich aus. Ich kann nichts verziehen. Scheiße. Jetzt wollte ich es selber mal ausprobieren. Aber nee. What is this? Zäh den da raus, Junge. Da raus. Wie soll ich denn Damage machen bei so Spasti-Dags? Geil. Der andere Samurai ist erstmal verreckt. Ja, weil er freiget ist. Ja. Was für ein Shit-Fight. Ganz melee. Wir sind kein Boss. Bleib jetzt stehen. Ich muss scheißegal. Ich kill den Muff. Fuck off. Wo steht denn der andere Honk? Oh, man. Oh, man. Oh, man. Jesus Christ. Damn. Fuckin' cock in the ass. Mayumi. Could you not taunt the fucking boss right into my face? Appreciate it. Appreciate it. Geopferter Ninja, ja. Da können sie hin. Fuckin' faggots. Oh, for sure. Boah. Pew. I myself have been short one gajillion, bajillion times. Bei filthy goyims just as yourself. Shit. Ich dachte bei goyim monsters or so. Angra Mainju. Krass. Sieht aus wie ein grünen Wähler. Naja. Done. True dude. Irgend dem komischen Illuminati. Nee, einfach weil's ugly ist. Aber ja, das hilft natürlich. Naja. Disgusting. Yo, what? What are we going to do then? I don't know. Ob wir wirklich richtig stehen. Seht ihr ob wir den Laser angregen? Der Einzige der, ob's das mal kriegt, ey. Ja. Nice. What the fuck? Woah. Woah. Ich hab mich jetzt kurz erschreckt. What? Was ist das? Ist das jetzt, ob ihr wirklich richtig steht, ja? Is it? What? Du stehst nicht. Na da. Wir schauen uns mal. Fuck this. Weird. DPS. Was sind das für die Rebels? Oh my god. Verhängnis. Du musst da wegschauen, oder was? Sobald der Timer auf 0 sinkt. I'm fucking dead. Ja. Fight the highlaunt, du. What? Oh my god. But I'm a sprout. Keine Ahnung, was das zu tun war. So eine Mechanik haben wir noch nie gesehen. Aber wir müssen das eh nochmal machen. Gruppe A ist fast komplett tot. Wir auch. Nur Gruppe C ist komplett tot. Full. Feuer hat's. Actual Mentors. Perhaps tank it closer to the center. Make it easier to grab the light dark. Nega, was muss ich graben? Light oder dark? Light dark. Oh nein, ich werde gerest. I can understand this guy. Will ich gerest werden? Will ich gerest werden? If doomed, step on the... On the glowy circle. Oh. If doomed. Schon wieder Ranged Privilege hier. Yup. Ah, okay. If doomed. Bin ich doomed? Du bist eh... Nicht doomed. Okay. Bin ich jetzt doomed? Nein. Mal das Light. Jetzt bist du doomed. Gib mir den Shit. Bin immer noch doomed. Bist du noch doomed. Super. Du musst warten bis das Licht kommt oder was? Ach nee, dann verschw... Nee. Hä? Fuck this. Do not understand this. I died again! Ich retz dich nochmal. Ich bin auf den glowy circle gestanden. Fuck this. Was? Unser Tank ist tot und ich kann ihn nicht retzeln. Was? Nein? Weil ich kein Mana habe. Ah, okay. Kein MP. Jetzt kein MP geht immer. Mann, was ist das? Mal des Lights. Fuck off, Alter. Schlimme Break die Gleichheit. Meine Chance. Du Gurensohn. Bleib einfach mal auf dem Ding stehen. Na, ich bin grad zu dir gelaufen. Ich hab den Scheiß immer noch. Oh, den Erz. Die Erz haben mich gekillt. Was ein Shitfight. Bleib einfach mal auf dem Ding stehen. Was toll auf dem Ding stehen. Was toll auf den Scheiß überhaupt. Ja, da war absolut kein Ahnung. First time. Mh Würde nicht das letzte mal sein I think so Machen wir den auf extreme Wenn ich die Mechanics kenne, dann ja Ich brauche den Farbenblendmodus Ich brauche den Farbenblend Oh, Toxicity Jupp Krass Mortal Gaze, look away Wann macht er das? Gute Frage, nächste Frage Janus Auge? Na dann Da ist ein Glow Circle 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 Die Scheiße funktioniert Wir hätten den Schaden durch Blick des Zorns erhöht Wir werden jetzt einfach mit den anderen mit War eine dumme Idee Bist du tot? Ne Aber ich dachte ich sterbe Ich würde tödlicher Blick ausgewichen Ja, ich auch Ich hatte wohl du Achso, die weißen Flächen sind die Da schaut er dann hin oder wie? Das ist praktisch sein Blick Ist es? I don't know Ja, in dem Land Also das Würdest du da geben Das habe ich auch noch nicht gecheckt Tot 150 Alles klar Ich war einfach die ganze Zeit weg jetzt Klappt als Melee auch super Klappt als Melee auch super Ja Haha Focus on you Drücklicher Blick, fuck off So jetzt in den fucking Kreis Weil der Kreis ist weg Ausgewichen Du Schwanz, der Kreis ist weg Ihr klaut mir alle meinen Kreis, ihr Dreck gegen So Ja, ich habe es gecheckt Ja? Ja, easy clamp Wenn er sein komisches Auge Scheiß da macht Und du dich wegdrehst Kriegst du den Doomstack Und danach musst du in den Kreis laufen Dann ist der Doomstack weg Alle anderen Mechanics hier Habe ich bisher zu ignoriert Oder sind nicht viele So wie der Schick Das hier? Ja, keine Ahnung Irrelevant So Drücklicher Blick Fuck off So So ein komischer Kreis Also wenn der Blick kommt Dann? Ja, wenn du dich wegdrehst Dann kriegst du den Doomstack Und wenn du den Doomstack hast Dann musst du in so einen Kreis Damit du dich entdebungst Fertig Das war's Jawohl, danke Danke Ich kann nicht noch mehr allergische Steine in der Poesie tragen Tja, fühlt's bad Oh, Loot Ah, hier ist ein B Hier habe ich erstmal einen Stream angemacht Ich schau mal den Bossfeld definitiv noch als Video an Ich schau mal den Bossfeld definitiv noch als Video an Wo mir das echt interessieren Geil, Dämonenhut der Magie gewonnen Sau Geht's jetzt Jau Hä? Haben wir den nicht schon gemacht? Nein Okay Einen zweiten Wing Aber es entfernt ein anderer jetzt Ja, okay, es ist kein Boss Es wird zu schön Keine Mechanics Einfach drauf Die laufen alle weg Warum? Ah, das hat jemand unterbrochen Ich bin nicht überhaupt in der richtigen Gruppe Ja Ich bin überhaupt in der richtigen Gruppe Oh, okay Oh, okay Ich bin überhaupt nicht Ich bin überhaupt nicht Ich bin überhaupt nicht Oh, mein Brida, ganz vergessen. Oh boy. Oh, mein Brida. Oh, mein Brida. I can't see fucking shit. Muss ich hier drinbleiben? Muss ich raus? I don't know. Halt dich einfach an den anderen Samurai. Warum? Der ist ein Sprout. Ja. Oh, dann sterben halt beide. Ja, super. Samurai-Problem gelesen. Oh, toll. Die SQ Samurai-Question. Kill the heads. Was für heads, bro. Der hat fünf, welchen? Ich dachte, dass die Köpfe mal runterkommen oder irgendwie abfallen und dann zu heads werden oder so. Das ist ja auch dein Job. Ich mach keine Mechanics. Ich geb auch keine Buffs. Nicht verrecken und damage machen ist genau das, was das Samurai does. Good. Simple, simple, simple. Also alles simple. Simple ass. Bluff me damage, hate the Mechanics. Oh, ich hab noch jemanden mit eingefroren. Nice. Wir f***ing doomed. Ja. Wenn es ein Heiler war schon. War es nicht. Der Rage, der ist bestimmt. We love to see it. Zoller. Oh f***ing wow, Refugee. Oh f***. Okay. Oh f***ing. Lange. Das Magic King ist first. Ich verstehe keine einzige Mechanic, die er macht, aber it doesn't matter. It's simply... It doesn't matter. Und irgendein fürfeel Range klaut mir ständig mein Limit Break. Disgusting. Darf. Need. Jawoll, gewonnen. Welches Item Level hat denn der? 120? Cool. Kann ich sogar brauchen. Okay. Wolltest du schüttel. Plattformen ist... äh... ...muss des Büschis. Ich schau einfach, wo die blauen Punkte hinfliegen. Nämlich das zweite, ja. Allianz B, also nämlich das zweite. Simple as. Ah, da bist du. Ja, der andere Samurai checkt es nicht. Und der andere Heiler ist auch weggespielt. Was ist denn das überhaupt für ein Ding? Ein Atomos. Rechts Atomos. Oh mein Gott, irgendwas ist aufnimmt. Pankbust, die Mechanik. Dann renn mal in die Dinge rein. Ich wurde gegessen. Ich auch. I have a feeling I'm gonna die. Hey, du bist auch bei mir unten. Ja. Gut, dass ich das war erst mal gesehen. Du Motherfucker. Das Schuh da unten. Ja. Ich springe Wurf, mach Schockwelle, boxe mich wieder runter. Ja. Warum habe ich Akku von dem Soldat? Ja, auch da. Bin ich wieder gefressen worden? Ja, der macht das in Frontal. Oh, okay. Immer da wo er hinguckt. Und, äh... Yo, Mr. Tank. Und getting bummed fucked. Wieder. Oh. Ach fuck, die sind nicht mehr aktiv, Herzer. Yo, jetzt bin ich in der Luft verreckt. Oh mein Gott. Super, er frisst mich schon wieder. In der Luft, in der Luft zerrissen. Wer auf mich auszuspucken, du Sah. Der molestet uns voll dieser fucking Mob. Gay Art, Thomas. Sometimes with God. Der Schrei-Atomos. Der Brüll-Atomos. Der schreiende Brüll-Atomos. Hier weiß ich, was wir machen müssen. Der verliert seine Ketten und dann müssen die Ketten wieder an den Kopf von dem scheiß Mob rangebracht werden. Das war's. Also, wenn du die Ketten hast, einfach zum Boss hinlaufen. Nee, du musst hinter zu den Ketten rennen, da wo die jetzt gerade herkommen und die wieder an den anderen recken, egal wo er jetzt steht. Ah. Ja, musst du draufklicken oder was. Plutonium. Halt die Fresse, Avery, du Hurensohn. Die Fresse. Ich hab deine Loks gesehen, du bist echt nicht gut. Hahahaha. 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 Was? Kann ich so schnell lesen. Geil, gut dass wir B sind. Geil. Body. Ja. Was ist denn was das heißt? You get hit by gastric juice, become tiny and get eaten Nice war dude, war fetish, let's fucking go dude You get hit by gastric juice, kommt der aus dem Arsch oder was? Ja aus dem Maul, oder kommt der aus dem Arsch? Ich weiß nicht, ich würze das oder? Ich glaub der frisst und furzt dann Geil ey, kommt der aus dem Arsch Jawohl ey, furz und war fetisch, let's go dude Gruppe 2 lässt sich anfurzen Aber fressen Oh man ey Witness your doom Geil, ich bin genau in meiner Fetischgruppe gelandet, let's fucking go dude Oh man ey Fuck this game Tank wieder pullt den Scheiß zu mir Immer, jedes Mal Ja, ich stimm mich jetzt einfach Stimm den Saal, auch Schloch Ja Wir müssen erstmal gefressen werden Ne, müssen wir nicht I don't know man Erst musst du gastric juice abkriegen und dann frisst er nicht Ah, was? Doesn't make any sense So fat as a gang doesn't have to Schloch 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 Aber keiner steht in seinem Arsch Also glaub ich nicht, dass wir mit seinen Arsch müssen Ne, weil er auch im Schweifen klein hat Schloch Juice get tiny Where is the juice? Ah hier am Magen sammeln Let's go Echt? Von da rein? Schloch Keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall gratis stuck Ich bin tot Go to gastric juice, get tiny, then get into the purple pool to be eaten Ah, ne du bist nicht tot, wir wurden gefressen Ich werde gefragt, ob ich zum Ausgangspunkt von der Welt der Dunkelheit zurückkehren will Okay, also du bist tot Und ich gerät es Ja Richtig Ich bin in seinem Magen drin Ich muss seine Magenwangen zerstören Fuck-Champagne Das ist wie in der Soft nur besser und halt irgendwie zehn Jahre vorher Alle sind irgendwie hier gerade drin All tanks went in the belly, I think Nice Ich bring vier Krass, wie lange der vier geht Reaktivierung? Muss man jetzt down hauen oder was? Okay Ne, die Chains müssen wir jetzt annehmen Ich habe sie nicht in drei mitfängen Jetzt Ohhhh Ohhhh Shit Damn Jetzt weiß ich auch nichts mit was zu tun ist Jetzt weiß ich auch nichts mit was zu tun ist Ja Ich habe es auch nur aus Versehen richtig gemacht Ja, andere Heiler ist tot, ich habe kein Magen zu rissen Ich bin gegen LFA-Schwierigkeit hier Normal-Mode ist das Bitte schreib in den Chat rein easy Sicher nicht Du willst wohl nicht auffallen, hm? Richtig Never Well done Jetzt kommt die Diables bitch Oh Gott ey, da sterbe ich jetzt 5 mal Ja, du kriegst wahrscheinlich ein Laser voll in die Fresse Ist eigentlich ein schlechtes Motto Nee, ich werde dem Boss 1 shoten und niemals sterben So, viel besser Ja Do you really believe your own Hype that much? Ja I am the Hype Ich hab die Katzen gesp... geskippt... gespitted Gespitted hab ich dir ja Gespit on you, please Pull Renn mal zu B Nee Doch Warum? Da geht schon los Da Getsuga Tenshooo Wow Halt sich jemanden holen Fack wie nass Don't stand in front of her face Kill clouds Go to your respective marker when there is adds Alright Gatchagoi Ich bin in meinem respective marker Where are the adds? Where are the adds? Oh shit Where are the adds? Ich denke schon wieder tot Man sagt, Markus richtig brennt Face This is true What the fuck is happening? Heads, okay. Future Worker, got it. Np. Yes, yes. Np. Irgendwas Soaken. Fuck Soaken. Die Soaken, nicht der Komponist? Ja. Fuck Soaken. Der Boss macht's halt nicht. Okay, nevermind. Fuck you. Hey. Ah, du bist der Ende. Guckowohl. Papa Limoy. Sehr wohl. Oh, dass ich hier noch reingelaufen bin. Ja. Der Boss macht absolut nichts. Ah, Mist. Was ist gut? Ja, und ich bin voll getroffen worden über der Kecke. Was? Was? Jetzt müssen wir Flächen. Die muss man sowas. Okay. Oh. By the hell, er sind tot. Limit break free, go. Was es nicht tut, oder? Nein. Du wirst niemals zu. Ich hab's gehört. Ein rostiges Buttermesser da. Ich dachte mir, bevor so eine Maschine ist mir den Moment wieder klaut, drücke ich das jetzt. Ja, ich glaube das war die richtige Entscheidung, weil keine Healer mehr gelebt haben. Ja. Of course. Welt der Dunkelheit abgeschlossen. Easy. Morgen coils. Morgen coilen, ja. Ja, ich coilt mir jetzt ein. So, Avery, du kriegst mein Vote. Beute gut. Hier, Bedarf, Bedarf, Bedarf. Das, worauf ich gear gedrückt habe, habe ich bekommen und Bedarf krieg ich wieder nix, ey. Typical. Avery kriegt's. Na ja, Notenroll habe ich bekommen, blind to the dark. Perfekt. Das Wölkchen der Dunkelheit bekommen, du Sau. Du Sau, du. Jawohl. Der einzige Loot, den ich wirklich haben will. Zweimal wertvollster Spieler bekommen, ey. Okay, Pog. Muss auf meinem Incredible Damage und Limit Break 3 liegen. Da hat er eine Taste gedrückt und kriegt die Vote, ey. Hahahaha. Weil ich wieder keiner getraut hat. Hahahaha. Hahahaha. I love this game. Die Katzen kenn ich eigentlich schon von Asmode. Ja. Skipp. Kroo. Nero wurde voll angeschüsst. Ich schau mir Geiz an zu Coils. Echt? Nee. Ich weiß immer noch nicht, was man bei Cockatice machen muss. Cockass. Wer? Ja, genau. Die Schlange halt. Wer? Fuck you. Ich weiß nicht. Der erste Boss. Aus Coils. Hier. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich kenne den Boss nicht so. Warum nicht? Weil... Ich glaube ich den Scream da geskippt habe. Huh. How dare you? Jaja. Yari yariky. Oh. ich bin halt echt der harbinger of death so catboy hol deine augen er war einmal bei einer show dabei also in der online show und der hatte aus ich hab den nicht wieder erkannt er hat ausgesehen wie so ein richtiger höhlenmensch total ungepflegt fette augenringe der typ ist ur hässlich eigentlich er spielt magic also ist das die untergrenze des nerdtums die unterschicht meine bütz aus rumänien auch gespielt planeswalker planeswalker ich habe keine ahnung aber alles was ich da jemals höhe zu den planeswalker der bäder und kampf und so spielen sie auch besonders der bäder mir wurde schon fünf mal erklärt ich weiß aber noch nicht was ein planeswalker ist ja ich weiß es auch nicht er ist wahrscheinlich jemand der verschiedene es gibt ja so verschiedene felder in magic erde feuer bla 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 planeswalker ist wahrscheinlich so ein faggot der überall gut ist das macht mir Sinn das macht mir Sinn ah vielleicht ist das auch einfach nur eine karte die viel geld wert ist für sweaty nerds na gut das würde mich nicht weiter interessieren glaube ich doch hast du magic nie gespielt oder? einmal als einmal der sohn von der arbeitskollegin von meinem dad mal zu besuch war und seine fucking magic card mitgebracht hat ich hatte keine ahnung wie es funktioniert und habe ihn besiegt und dann war er mal das war meine magic erfahrung und seitdem hasse ich das game und find's dumm im game limit breaks ja so in etwa und ich geh mal auch stark davon aus dass er mir eigentlich ne deck gegeben hat wo er halt wusste was drin ist und ja er hat halt trotzdem verloren voll mongo der war nicht helle ja der hat dann einmal bei mir starcraft 2 gespielt und zwar nicht das game an sich sondern dieses komische salad koch minigame und war sehr begeistern davon boah starcraft ist ja voll geil meine güte ey meine güte ey du hast ihm mal tofu gezeigt fucking idiot ja dann hätte ich ihm mal lieber tofu gezeigt ey aber das ist viel zu gut für so einen das hat mich mal gemacht das scheiß game das war super das game ich hab's geliebt einmal gespielt war super gut das war so gut das war so gut das game ich suche jetzt auf youtube nach videos und schicke sie dir alle check ich dir manky memes schicke mir manky ja mach das i approve ja komm schwemme die katze hier ein passt du hast es gibt einen raid oder wie ne beim mongoloid achso nein kann nicht sein doch mit dominic und swedish fish ne ramo hat er schon gemacht dann macht er jetzt lawyia 5 ich mein er steht auch vor dem crystal tower rum ist die tower extreme toll er hätten wir nicht mal den ersten boss geschafft ne man sollte doch wissen was die bosse machen bei extreme ne naja gut er weiß ja auch nicht ne aber der hat sieben weitere spieler die es wissen oder mehr wissen wie er und mentor chat was nochmal 90.000 Leute sind ja da geht das schon du willst doch nicht etwa hm doch ich will ich werde den turm betreten und die zeit zum stillstand bringen ich werde dort verharren und mit dem turm ruhen bis zu dem tag an dem jemand die tür öffnet der die technik der allager beherrscht wenn ich erwache werde ich den kristalltom aktivieren und den wunsch der seit generationen mit meinem blut weitergegeben wurde wahr werden lassen so the cat is batshit insane wir mussten aber publikum dass dass Nee, er macht Shiva extrem. Oh, could be good. Also nur die Vorversion, ja. Das heißt, die Vorversion, das ist ja eigentlich, ich denke bei Shiva halt immer an Shadowbringers. Hab ich noch gar nicht gesehen, will ich auch nicht. Fuck you mit deinen Eden-Spoilers, du. Ich hab mir nur die Boss-Fights angeschaut, die sind auch geil. Sau, du Sau. Oh, step on me, Shiva. Fuck you. Fing das Glass-Word, die geile Sau und dann schläft er ein, ey. Unbelievable, unbelievable. Ah, ich hab gut geschlafen, ey. Gut geschlafen. Unbelievable. Boah, die Bettdecke bestimmt übelst klebrig danach. Wouldn't surprise me. In the slightest. Das kann man nicht mal wegbrennen. Wegbrennen. Von der Bettdecke. Ja. Ja. So. So heftig hat er gekumpft. Sex mit der Bettdecke. Wer kennt das nicht? Incel live, dude. Von jedem Haus als Gegenstand bei mir gepoppt. Hahaha. Geil, ey. Auch den automatischen Häcksler. Haben wir nicht. Ach, sehr schön. Aber die Kaffeemaschine. Ah, ist gut. Du bist verbrüht. Hahaha. Hahaha. Damn. Du bist tot. Ja. Du bist tot. Du bist tot. Ja. Du bist tot. Das ist tot. Was für tot. Ja. Vielen Dank. Komisch, der Kompass hat gebiebt, als er ihn runtergeworfen hat. Most suspicious. Edelsteinerinnerung. Was soll das sein? Neben Rambrose ist noch so eine blaue Quest, die ich mal angenommen habe. Die schickt dich zu so einer Cat-Lady. Ich würde die mal machen, die ist ziemlich funny. Also es dauert nur zwei Minuten, du schaltest irgendwas frei und die Story ist so funny. Den Charakter kennst du, glaube ich, aus anderen Sequenzen und da stellt sich ein bisschen was raus. Na. Neben Rambrose? Neben Rambrose, rechts daneben. Von Nazi-Dutzl? Nee, nur ein Stück weiter rechts. Eine blaue Quest. Hast du doch keine mehr? Nee. Ich hab's schon gemacht. Kein nicht. Das ist so viel zu schön. So. Bäm, tot. Jetzt, du musst die Rambrows Quest machen. Und dann kriegst du diese Quest, von der du gesprochen hast. Ah ja. Ro-Co-Rab-T-Rab-B-N-Tau. Okay, komische Cat-Lady suchen. Alright. Do that, do that. Do that. Okay. 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 Das war's. Toll, jetzt müsst ihr den Raid noch mal machen, damit ich die Scheiße freischalte. Ja, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, was kriegst du da noch irgendwie? Edelsteine? Materia oder so? Ja. Ich werde da schon irgendwann drin landen, automatisch, random. Gredani läuft gerade eh mit der Wind. Killer. Ich spiele von einem Catgirl in Punk Minirock. Das ist echt unglaublich. Ah, Volk der Dunkelheit Karte bekommen. Fuck, champ. Ja, stimmt. Ich muss jetzt noch Las Vegas. No Mistakes, Gentleman. Ja, ich weiß nicht. That's gonna kill me.